So Leute, willkommen zurück zu Lesber GTA 4. Ich hab die Wahl. Die Qual der Wahl. Rache, Deal. Rache, Deal. Bin mir da grad nicht mehr so sicher. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr wollt. Macht's bitte gleich, sofort, wenn ihr das Video seht. Dann werde ich weiter aufnehmen. Ich danke euch. Also, Rache oder Deal. Bitte ganz schnell.